Im Janze Fede ist die Aal-Frau Schmitz bekannt. Sie weht von allen nur in Schmitz-E-Belgenland, richtig. Sie hätt nicht viel, ist nicht besonders richtig. Und hätt noch lang nicht jede Mittag, flächern dich, ne, ne. Nur, ey, da liet es, wo sie freut dran hätt, was ist das? Das sind die Blömscher auf ihrem Fensterbrett. Und Janz, können wir singen. Wir schenken dir Aal-Frau Schmitz. Aal-Frau Schmitz. Ihr seid super. Wir schenken dir Aal-Frau Schmitz. Aal-Frau Schmitz. Das ist die Welt. Ja, genau. Und glaub auch öfters sind's ne Arme an ihr Tür. Ja, dat sie ja nix sieht. Ich gläuf, dat könnt nicht führen. Und is auch nicht richtig. Is keine Millionär. Jetzt auf ein Schenke. Ja, dat fällt dir ja nicht schwer. Ne, ne. Und sind es nur zehn Penning und nicht mir. Aber dann, dafür hätt's einfach unser Sympathie. Los mal, singe! Mir schenken ihr ein paar Blödschen. Richtig! Ein paar Blödschen. Herrlich! Mir schenken ihr ein paar Blödschen. Wir schenken ihr ein paar Blödschen. Könnt ihr das ganz alleine singen? Mir schenken ihr ein paar Blödschen. Das geht lauter, oder? Ein paar Blödschen. Weiter so! Mir schenken ihr ein paar Blödschen. Wollen! Ganz genau! Oh ja, die Ahl! Frau Spitz, die isse so nett! Ich dank euch fürs Mitsingen! Hey!